Okay, verbuggter Wichtel. Was ist das da unten eigentlich? Noch. Wir hatten hier einen Stärketrank. Was soll ich hier noch gar nicht aktiviert haben? Was soll das denn? Oder zählt das für außen? Hier ist ja auch ein Fall für den goldenen Stein. Und als wir vorhin beim Slytherin-Gemeinschaftsraum waren, war da auch ein goldener Fall. Obwohl der goldene Stein erst einen Raum später war. Aber wir brauchen einen bösen Charakter. Ich brauche einen bösen Charakter. Hier ist er auch noch. Irgendwo. Aha. Hier waren wir noch gar nicht. Äh. Bei dir müssen wir füllbar sein. Genau. Genau. Komm. Sed weg. In seiner Labyrinth-Aufgabe. Gib mir den Schlüssel. Und oben ist direkt der rote Stein. Nein. Ach, Hermine. Seid du dich in Hagrid verwandelt hast? Bist du aber wie seltsam drauf. Weißt du was? Ich mach dich jetzt zu McGonagall. Ich hab ja vorhin gesagt, dass ich dich mit ihr ersetze. Also vorhin, als wir das Level gemacht haben mit Harrys verhexten Wesen. Nicht da aufheingehen. Sieht so aus. Da falle ich wahrscheinlich runter hin. Tod. Tod, 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 Tod. Noch ein Schlüssel. Ja, Hermine beschimpfen. Dass sie Sighthack mit irgendwie so merkwürdig ist. Aber selber Schlüssel nicht mitnehmen, ne? Wer ist jetzt die Dumme? Hä? Hä? Hermine ist nicht dumm, ne? Sie lernt jeden Tag drei Wikipedia-Seiten auswendig. Hoppla. Ähm... Absicht! Hahaha! Ja, es war wirklich Absicht. Hm, das ist Kobold! Kobold! Brauche ich ne Alterslinie? Ach, komm Harry! Wir schrumpfen dich jetzt ein. Grip-Hook! Sorry. Haha! Wie er direkt vor meine Füße gefallen ist, da muss ich ihn wieder zurück zum Becondicle wechseln. Das Spiel zwickt mich dazu. Ach. Ich sollte nicht Auge kratzen, während ich gerade durch die Gegend laufe. Man kann ihn nicht sehen, wohin ich gehe. Ich kann euch nicht. Ich bin gerade um die Hose. Auch gut. Dann halt nicht! Dann halt nicht! Dann halt nicht! Äh... Wie stelle ich euch jetzt am besten auf? Oh! Was ist jetzt mit... Was ist da gerade passiert? Ich bin nouveau mal! Du bist der Kasten mit guter臨! Musik 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 Ja nö, ist klar, ihr springt da einfach so Juckstollerei hoch Was seid ihr denn für Leute? Puck 2 mal 10! Junge, wir haben alle Multiplikatoren! Das wird jetzt ein Spaß Oh, ich freue mich auf die nächste Session Wenn wir den zweiten Film machen Im freien Spiel Was den Tag eigentlich nur perfekter machen könnte Wenn ich jetzt einen bösen Charakter kriege Aber das bezweifle ich irgendwie Maximale Punktzahl Ja, das ist die Power von Professor McGonigill Wen habe ich noch mal in Höhe habe ich in den Chor verwandelt Junge, warum rennst du Gegen die Wand? Was passiert da Ständig mit Cedric? Junge! Was habt ihr alle für Probleme heute? Mir ist das schon fast peinlich Dass wir befreundet sind Ach, Chicken, als ob du dich anders verhältst Du läufst Du läufst doch auch immer dumm durch die Welt Mua! Professor Snape, hallo! Habe ich das gerade wirklich getan? Okay! Zurück zu troffenden Kessel Bitte sag mir, dass du böse bist, Snape Mir ist zwar die Szene bewusst, aber Sag mir, dass du böse bist Sag es mir, Snape, bitte! Sei meine Erlösung! Für böse Gegenstände zerstören Wo fährst du, Snape? Habe ich eigentlich andere Charaktere noch bekommen, außer Snape? Wenn ja, nicht wichtig! Ja, Slitherin, Leute Nicht wichtig, wie gesagt Snape ist der bessere Slitherin Und doch fast kopflose Nick Checken, er hat dir doch im Laufe der Geschichte so viele Geistersturz gegeben Rita Kimcorn Ah, das ist die Ähm Reporterin Aus dem vierten Film I remember Ja, jetzt erinnerst du dich, Chicken Bisschen zu spät, ne? Jetzt sind die Kommentare schon voll, wer das ist Moment, ich krieg keine Kommentare Jokes on you, Zuschauer Haha So, erst mal Punktzahl mal vier Punktzahl mal zehn Kauf ich doch zum Unbesiegbarkeit Oh komm, warum Nur eine halbe Million Für Unbesiegbarkeit Okay Jetzt bin ich an der Multiplikator gespannt Wir haben alle Alle Multiplikatoren Weil dort mal eins hinzupacken Würde keinen Sinn ergeben 3840 Jogge Jogge Chicken ist der Boss Chicken ist der Boss Komm Komm Snape Bitte Sag mir, dass du Zauber kannst Böse Gegenstände zu zerstören Bitte Snape Ich werde nur mit dir rumlaufen Warte, ist der Alterungstrank Das ist nicht fies auf Trank Snape Bester Lehrer in Hogwarts Wart Du findest ihn ja nicht auf der Stelle Chicken Ich lass ein Ist damit eigentlich der echte Medellmodi gemein Oder der falsche Also Barty Crouch Jr., der sich als Medellmodi ausgegeben hat Egal, Professor Snape. Bitte. Bitte, Snape. Sei geil. Sei geiler als geil. Sei einfach nur geil. Snape! Should I be asleep? Snape! Snape! I love you forever and always! Worauf hast du Angst, Snape? Von nichts! Bist du dir sicher? Bist du dir sicher? Warum kommen keine Boratts mehr? Mein Leben ist wieder schön, Leute! Mein Leben ist einfach nur schön! Mein Leben ist schön! Millicent Bulf droht! Mein Leben ist schön! Ja! Es ist schön, dass du dich für dein Leben freust! Schicken! Wo ist Hedwig? Schnell zaubern! Ah, sexy! Schek-schy, schek-schy, schek-schy! Hallo, Mr. Dragon! Hallo, Mr. Dragon! Ich lese! Extraherzen! Und ich lese! Das ist ein Herz! Ich lese! Ich lese! Ich lese! Ich lese! Ich lese! Ich lese! Wo waren hier noch rote Steine? Ich hätte nämlich noch gerne... Charakterfühler, falls es sowas gibt. Und eventuell noch Schüler eine Gefahrführer? Aber hier ist nichts. Warte, beim Tee? Bei der Teefrau? Ist der Viehsaft-Trank? Ist irgendwo Viehsaft-Trank? Ja. Hopkins? War das der Name? Gripok! Das Hopkins. Keine Ahnung. Ich glaube, wir brauchten dich. Ich glaube, wir brauchten dich. Ja, da hinten. Äh, da ist kein rote Stein. Uh, hier brauchen wir auch Snape! Professor Shreelove-Ney. Gehen sie einfach weiter mit Professor Tee. Ganz einfach. Und Termine im blauen Oberteil. Sie hat gefeuert! Wie spät ist es eigentlich? Spät genug, dass ich ihn nicht sehe. Halb sechs. Wann habe ich mit der Aufnahme angefangen? Viertel vor drei, glaube ich? Ich überlege. Nur mal in die Level des ersten Films zu gehen. Und dort... Weil wir haben ja jetzt einen bösen Charakter. Ja, Snape ist böse. Hust, hust. Dann kann ich nämlich die restlichen Sachen holen. Soll ich einfach machen? Soll ich einfach... Es wäre schon geil... Einen roten Stein für... Charaktere zu haben. Um diese aufzuspüren. Warum ist hier? Das ist gerade äußerst amüsant, dass ausgerechnet Hermine diejenige ist, die Snape helfen muss, hochzukommen. Junge! Äh... Äh... Spectre Patronum? Zauberer in Rot. Zauberer in Rot. Wow. Wow. Ernsthaft. Zauberer in Rot. Zauberer in Rot. Zauberer in Rot. Vielen Dank.